Ja, Moinsenmeister und Meisterinnen und herzlich willkommen auf diesem neuen Kanal. Die meisten von euch sind vom Crypto Gang Kanal mit rübergekommen und sind dementsprechend eingeweiht, was heute hier passieren wird. Für alle die, die komplett neu da sind und mich jetzt nicht kennen, mein Name ist Marcel, ich bin 26 Jahre alt und habe einen anderen YouTube Kanal namens Crypto Gang. Da geht's, wie der Name schon sagt, in der Regel so um Kryptowährung und meine Zuschauer, die von da mit rübergekommen sind, wurden im Vorhinein schon eingeweiht. Wir haben das so ein bisschen abstimmungsmäßig gemacht, ob wir auch einen Kanal in der Sparte Online-Business, E-Commerce, Dropshipping etc. pp. starten wollen. Der Zuspruch dafür war relativ groß, also das Interesse war relativ groß daran, dass wir das machen. Und dann habe ich mir gedacht, lassen wir uns mal nicht lumpen, machen wir einen zweiten Kanal, einen Business-Kanal und starten die ganze Geschichte heute mit dem ersten Video. Tatsächlich besteht seit meinem 19. Lebensjahr mein beruflicher Werdegang daraus, dass ich im Bereich Online-Marketing, E-Commerce etc. pp. und die ganzen Geschäftszweige, die dazugehören, selbstständig tätig bin. Was viele von meinem Krypto Gang Kanal nicht wissen, ist, Kryptowährung oder das Investment in Kryptowährung allgemein war im Prinzip nur eine Konsequenz aus meinem eigentlichen Kerngeschäft. Ich bin seit sechs Jahren unternehmerisch tätig in dem Bereich. Wir beraten mit unserer Consulting, also wir sind agenturtechnisch tätig, klein- und mittelständische Unternehmen aus der Region, die ihr Business skalieren möchten. Also wir bauen eine YouTube-Präsenz auf etc. pp. Und halt jene Firmen in der Umgebung, die den Wandel der Zeit dann doch auch mal mitbekommen haben, sich davor nicht weiter verstecken wollen. Und die sich gewisse Vertriebskanäle wie YouTube oder Social-Media-Präsenzen aufbauen möchten. So viel zu dem, was ich persönlich heute beruflich mache. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Bevor ich in diese Consulting-Schiene abgerutscht bin, muss man ja schon fast sagen, habe ich klassisches Online-Business betrieben. Und das auch, ja, ich würde schon fast sagen, relativ erfolgreich. Also mittlerweile habe ich unzählige oder beziehungsweise wir, ich und mein Team, haben unzählige Dropshipping-Plattformen aufgebaut für Geschäftskunden. Teilweise bis sechsstellig hochskaliert und wieder verkauft, wenn sie denn in unserem eigenen Besitz waren. Wie gesagt, wir haben eigene Dropshipping-Shops aufgebaut, Präsenzen aufgebaut, vermarktet, verkauft. Und wir machen dasselbe im Prinzip auch für Geschäftskunden, die diese Dienstleistung bei uns in Anspruch nehmen. So, und ich habe meinen Abonnenten vom Krypto-Gang-Kanal versprochen, also auch in Absprache mit diesen. Alle, die die zuhören, Grüße gehen raus, ihr wisst Bescheid. Dass wir diesen neuen Kanal hier aus dem Geburtskanal pressen werden, um, ja, im Prinzip alle daran teilhaben zu lassen. Ja, also im Prinzip auch kostenlos, ohne dieses Ganze, ey, Jonas, ist das ein Panamera GTS und kommt in die Gruppe Porsche Cayman S, Jungs? Porsche Panamera, der Hammer! Genau, Freunde, und weil das Video heute das erste auf diesem Kanal ist, nutzen wir das mal als Einleitung. So gesehen kratzen wir heute im Prinzip nur an der Oberfläche, dass ihr nur mal so einen ganz, ganz groben Eindruck davon bekommt, wie vielseitig ein Online-Business eigentlich ist und wie viele Möglichkeiten es tatsächlich gibt, um im Internet tatsächlich gutes Geld zu verdienen. Die erste mögliche Online-Einnahmequelle, mit der wir heute starten, ist Palim Palim YouTube. Ja, das wird jetzt wenige von euch überraschen, dass man mit YouTube tatsächlich Geld verdienen kann, aber im besten Fall, und das ist jetzt schon ein ganz, ganz essentieller Punkt, dient YouTube im Prinzip nur dafür, um dir ein Skalierungsfundament aufzubauen. Ein laufender YouTube-Kanal, der ist absolut Gold wert, glaubt mir das, Freunde, und der dient im Prinzip als, ja, als Krakenkörper, wo du nach und nach dann immer weiter unzählige Tentakelarme rauswachsen lassen kannst. Also A, hast du mit YouTube natürlich erstmal eine sehr, sehr wichtige und schöne Einnahmequelle und B, dient es im besten Fall als Vertriebskanal, der so gesehen, also wie ich gerade schon gesagt, dein Fundament für dein Business bildet. Du kannst natürlich auch ab einem bestimmten Punkt sagen, okay, ich habe YouTube jetzt, ich habe, weiß ich nicht, ein paar tausend Abonnenten oder vielleicht auch viele tausend Abonnenten, ich verdiene jetzt mein Geld damit, ich verdiene gutes Geld damit, das reicht mir jetzt im Prinzip und das ist jetzt mein Business. Also YouTube ist jetzt mein Geschäft, mein Business, darauf fokussiere ich mich, nice, kann man natürlich machen. Aber wie ich schon sagte, fängt da eigentlich der interessante Spaß schon an, weil man, wenn man es richtig angeht, YouTube als ein Fundament sehen kann, weil man die Reichweite hat, weil man so gesehen einen Vertriebskanal hat, einen Vertriebstrichter, mit dem du dir natürlich unzählige Möglichkeiten aufbaust, dass du in weitere Richtungen, nennen wir es mal, expandieren könntest. Wie verdient man denn jetzt über YouTube Geld? Also erstens natürlich über die Werbeeinnahmen, wenn dein YouTube-Kanal monetarisiert ist. Dann über die Mitgliedschaften, YouTube bietet dir natürlich auch die Möglichkeit, Merchandise direkt über deinen Kanal zu vertreiben. Aber wichtig zu wissen, Freunde, um an diesen Punkt zu kommen, wo du überhaupt davon reden kannst, bald mal mit YouTube Geld zu verdienen, musst du einige Voraussetzungen erfüllen. Im Wesentlichen musst du mindestens 1000 Abonnenten erreichen und dein Kanal muss 4000 Stunden Watchtime erreichen. Das war früher mal weniger, aber ich glaube seit 2020 sagt YouTube, naja, bevor wir die Leute jetzt alle massenweise Kohle mit unserer Plattform verdienen lassen und damit sich das für uns als Plattform auch lohnt, sagen wir den Leuten 1000 Abonnenten ist auf jeden Fall ein Muss und es müssen in Summe, die Menschen müssen sich 4000 Stunden lang deine Videos angeschaut haben. Aber keine Sorge, Freunde, auch das werden wir alles noch exakt besprechen in der Zukunft. So, zu jedem Thema, was ich euch heute nenne, kommen natürlich bald unzählige eigene darauf, spezifische, spezielle Videos. Die H genau auf das jeweilige Thema eingehen, aber wie gesagt, heute kratzen wir erstmal nur die Oberfläche an, um euch so einen kleinen Überblick zu geben, was ist überhaupt machbar in Sachen Online-Business. Also, Möglichkeit 1 haben wir YouTube. Online-Einnahmequelle Nummer 2. Machen wir mal weiter mit Affiliate-Marketing. Affiliate-Marketing ist im Prinzip, ja, ganz einfach erklärt. Jemand hat ein Produkt, du verkaufst es für ihn und bekommst Provision. Punkt. Das war es im Prinzip schon. Und dabei sind die Möglichkeiten unfassbar riesig und skalierbar des Todes, Freunde. Affiliate-Marketing kannst du natürlich im Client-Stil betreiben. Also, wie ich vorhin schon genannt habe, eventuell hast du einen YouTube-Kanal und ein paar, also packst ein paar Amazon-Links unter deine YouTube-Videos in die Videobeschreibung. Dabei muss man sagen, Amazon zahlt dabei unfassbar niedrige Margen. Du kannst aber auch dein ganzes Business auf Affiliate-Marketing ausrichten und mit den richtigen Marketing-Strategien und Verkaufstrichtern sogenannte High-Price-Seller an den Mann bringen. Pauschal kann man sagen, Versicherungen zahlen in der Regel ganz ordentliche Provisionen. Abo-Modelle von digitalen Infoprodukten schmeißen erstens hohe Gewinne ab und zweitens, das sind dann monatlich wiederkehrende Einnahmen. Also, du vertreibst das Produkt einmal und das Geld kommt monatlich wieder. Ich hoffe, du kannst dir nur mal so ansatzweise vorstellen, wie potenziell riesig man alleine nur diesen einen Geschäftszweig, wir sprechen immer noch nur von Affiliate-Marketing, wie weit man den skalieren kann. Kommen wir zur Einnahmequelle Nummer 3, Freunde, und spreche ein bisschen über digitale Infoprodukte und das ist meistens immer so der erste richtige, nennen wir es mal, Durchbruch für Online-Marketer. Beispielsweise auf Digistore24 hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dein eigenes digitales Infoprodukt als Vendor, also als Verkäufer, einzustellen und andere verkaufen das Ding wiederum als Affiliate für dich. Also, im Prinzip vertreiben die für dich dein Produkt. Komm, sagen wir mal zum Beispiel, du bist gut in Tennis, bist Tennislehrer oder irgendwas anderes, was weiß ich, aber wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Tennis. Und du kannst, ja, ganz gut Leuten erklären, wie man so eine richtige Schlagtechnik ausführt oder sagen wir mal einfach pauschal, du bist dir sicher, dass du die nötige Kompetenz dafür besitzt, um Leuten zu zeigen, wie man Tennis spielt. Schlagtechnik, Beinhaltung, Stellung, wie hält man den Schläger und ihr wisst ja, worauf ich hinaus will, Freunde. Wenn du darin gut bist, dann kannst du den Leuten doch einfach zeigen, dass du darin gut bist und dein Wissen verkaufen. Also, man kann Wissen natürlich auch immer kostenlos weitergeben, an Freunden und Familie gar kein Thema. Aber es gibt doch bestimmt unzählige Menschen, die sich für Tennis interessieren, die vielleicht Tennis lernen möchten, weiß er nicht, weil sie ihren neuen Partner beeindrucken wollen und der spielt halt gerne Tennis, dass du denen deine Kompetenz vermittelst. Und das ist doch ein Wert. Und das ist auch legitim für diesen Wert, einen gewissen Betrag zu verlangen. Und da kannst du dein Wissen gebündelt in ein digitales Infoprodukt packen, ohne dich schlecht zu fühlen, denn du hilfst Menschen wirklich dafür und dich angemessen für deine Hilfe und dein Wissen, deinen Wert, den du vermittelst, dich dafür bezahlen zu lassen. Du musst nicht mal zwingend vor einer Kamera stehen. Also, wenn du jetzt beispielsweise kamerascheuer bist, du kannst das natürlich über Texte machen. Du kannst Bilder machen. Also, du kannst ein Infoprodukt machen, wo du beispielsweise über Bilder mit den Zuschauern redest. Du kannst das so podcastmäßig machen. Das liegt voll und ganz an dir. Und mit der richtigen Vorbereitung, ein Vertriebskanal, auch Funnel genannt übrigens, gute Marketing, ein bisschen SEO. Also, SEO bedeutet für alle, die es nicht wissen, Suchmaschinenoptimierung. Machst du daraus deine erste Haupteinnahmequelle. Und die kann in der Regel, also in der Regel ist das erste digitale Infoprodukt, wo man schon eine Marketingstrategie hat, so gesehen ein Verkaufstricher beispielsweise. Du machst das jetzt oder du bist in der Position, dass du sagst, ey, Digi, ich habe ja schon tausende Abonnenten auf YouTube. Ich kann das ja damit koppeln. Dann hast du natürlich schon super Voraussetzungen, um beispielsweise ein Infoprodukt zu machen. Natürlich nicht, um die Leute zu verarschen, sondern wirklich etwas, wo deine Kernkompetenz drin liegt. Wenn du etwas wirklich gut kannst, wie das Beispiel gerade Tennis, mach darüber ein Infoprodukt, pack dein Wissen da rein, vermittel das an die Leute. Und du hast ja schon den besten Vertriebskanal, nämlich YouTube. Du hast vielleicht tausende Abonnenten oder hunderte reicht auch. Das wäre aber wieder ein schwierigeres Thema. Da müssen wir mal gesondert darauf eingehen, organischer Traffic etc., weil Reichweite ist nicht gleich Reichweite. Und kannst das darüber vertreiben. Und ja, da lassen sich teilweise schon sehr, 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 sehr lukrative Umsätze mit generieren. Die Möglichkeiten, Freunde, die sind bei der ganzen Geschichte natürlich schier endlos. Du kannst das relativ hoch, also nicht relativ, wir lassen das relativ mal weg. Du kannst das wirklich hoch skalieren. Du kannst das immer weiter ausarbeiten. Auf deinem Hauptprodukt, dem, was hat man gesagt, den Tenniskurs, da kannst du noch einen viel hochpreisigeren Upsell folgen lassen etc. Ich denke, ihr versteht schon, worauf die ganze Geschichte hinausläuft. Am Ende geht es halt voll und ganz darum, wie du das Ding vermarktest und wie am Ende die Conversion der Interessenten ist. Conversion bedeutet konvertieren, also wie viele Interessenten werden tatsächlich zu Kauf abschließenden Kunden. Und dann würde ich sagen, Freunde, kommen wir auch direkt schon zur Einnahmequelle Nummer 4. Und danach haben viele von euch geschrien, seid nicht enttäuscht, wir schneiden das nur mal so oberflächlich an, wir kommen zum Dropshipping. Und ich sage euch ganz ehrlich, alles bis zu diesem Punkt hier, ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten ich schon labere, aber war Business-Anfänger-Shit. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die tieferen Gewässer, Freunde, womit man erst so richtig anfängt, Geld zu verdienen, also wenn man es vernünftig anstellt, wohlgemerkt. Dropshipping ist im Prinzip folgendes, du hast einen Online-Shop und verkaufst ein Produkt oder im besten Fall sogar mehrere. Das Witzige ist, du hast dieses Produkt gar nicht. Du trittst also als Händler auf und lässt bestellte Produkte direkt vom Lieferanten zum Kunden liefern, ohne dass du das verkaufte Produkt überhaupt besitzt oder jemals in der Hand gehabt hast. Das Geile an der ganzen Geschichte ist, du hast so gut wie keinerlei Vorabkosten. Du brauchst keinen Lagerraum, der dich Miete kostet, keine Angestellten. Du musst halt nicht in Vorkasse treten, um deine angebotenen Produkte erst mal zu kaufen, bevor du sie weiterverkaufst. So sieht ja im Prinzip ein klassischer Warenhandel aus. Also du hast einen Laden, kaufst die Produkte ein und musst dich dann darum kümmern, dass du diese eingekauften Produkte, für die du ja schon mit tausenden Euro in Vorkasse gegangen bist, dass du die gezwungenermaßen gewinnbringend auch noch weiterverkaufst und an die Menschen so gesehen vermarktest. Wie du das machst, bleibt natürlich dir überlassen. Lagerkosten, Einkaufskosten, Mieten, Lieferkosten und natürlich eine Menge Zeit, Schweiß und Nerven. Naja, die gute Nachricht, das alles hast du bei Dropshipping nicht. Deine Aufgabe als Dropshipper ist im Prinzip nur, bau dir einen nicen Online-Shop oder lass ihn dir bauen. Gibt's genug Möglichkeiten, da sprechen wir auch in Zukunft drüber, Freunde. Passend zu deinem verkauften Produkt versteht sich natürlich von selbst und kümmere dich darum, dass du das Ding gut vermarktest. Und that's it. Das war im Prinzip die komplette Verkaufsstrategie Dropshipping. Also oberflächenmäßig. Das klingt jetzt für Unerfahren oder die mit dem Thema noch nie was zu tun hatten, erstmal zu schön, um wahr zu sein und als ob es das einfachste von der Welt ist, ja, das ist es natürlich nicht. Kunst besteht natürlich darin, diese ganzen Prozesse automatisiert aufeinander abzustimmen. Die Auswahl des richtigen Suppliers, also Lieferanten, ist beispielsweise unfassbar wichtig. Damit könnte dein ganzes Dropshipping-Geschäft stehen und fallen. Im besten Fall lässt du die Finger von allem Supply-mäßigem Gedöns außerhalb von Deutschland, nicht ganz Deutschland, aber außerhalb der EU, also China, asiatischer Raum, da wird's auf jeden Fall schon schwierig. Ich hatte schon mal das Problem, dass meine PayPal-Gelder für 180 Tage eingefroren wurden, weil mein Lieferant in China saß, der mir nicht die passenden Tracking-IDs für die bestellte Ware zuliefern lassen konnte und PayPal gesagt hat, Digga, wo kommt denn auf einmal das ganze Geld her? Wir machen den Laden jetzt mal dicht. Das ist natürlich ein Problem, was du so schnell auch nicht löst, denn PayPal ist da nicht wirklich verhandlungsbereit. Deswegen, Freunde, ganz wichtig, die Wahl des richtigen Suppliers, aber richtig angestellt, baust du dir im besten Fall mehr als nur einen guten, laufenden Dropshipping-Kanal auf dem Verdienst damit natürlich brutale Umsätze. Ich sag jetzt nicht, dass das eine Garantie ist, aber jemand, der Dropshipping richtig angeht, der fährt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich sehr, sehr hohe Umsätze generiert. Ganz wichtig nochmal, für Neuansteiger Umsatz ist es natürlich erstmal nicht gleich Gewinn. Wir reden hier natürlich erstmal nur von Umsatz, was nehme ich ein, Vorabzügen etc. pp. Aber Dropshipping ist eine Möglichkeit, wo man wirklich kranke Zahlen kreieren kann, wenn man es richtig anstellt. Einnahmequelle Nummer 5 Freunde, danach haben auch sehr, sehr viele auf dem Kryptogen-Kanal gefragt, Amazon FBA. Das ist jetzt im Prinzip die direkte Steigerung zu Dropshipping und hier muss man natürlich auf jeden Fall mal einmal direkt den wichtigen Disclaimer geben, das ist wirklich nur etwas für erfahrene Online-Händler. FBA bedeutet übrigens Fulfillment by Amazon. Kurz gesagt, Amazon ist dein Versandpartner und kümmert sich im Prinzip um so gut wie alle. Das Beste daran, Amazon verkauft es sogar für dich. Das Problem, hier geht es jetzt natürlich um tatsächliche physische Produkte, die du natürlich auch in Vorkasse erstmal einkaufen musst. Naja, um sowas rentabel zu gestalten, sucht man sich in der Regel erstmal einen Supplier aus dem asiatischen Raum. China etc. Also Alibaba, AliExpress wird den meisten von euch schon mal was gesagt haben. Wobei es auch da heute einige gute Alternativen gibt. Du suchst dir also ein Produkt, welches du verhältnismäßig günstig in China beispielsweise einkaufen kannst. Viele nehmen gerne immer so das Beispiel Handyhüllen. Das meiste Beispiel, was man hört, die kriegst du in China für teilweise 50 Cent und kannst sie dann hier in Deutschland für 4, 5, 6, 7 Euro, je nachdem wie dreist du dann im Endeffekt auch bist, verkaufen. Ist jetzt aber erstmal nur ein Beispiel. Das ganze Prozedere birgt aber natürlich gewisse Risiken, vor allem rechtliche. Also rechtlich musst du bei dem Thema wirklich gut Bescheid wissen. Das ist essentiell wichtig. So Dinge wie Elektrogeräte. Schwierig. Machbar, aber schwierig. Kosmetikprodukte. Ganz schlechte Idee. Du haftest natürlich bei entstandenen Schäden. Ganz klar. Alkohol? Nein. Tabak? Nein. Flüssigkeiten in jeglicher Form? Nein. Parfüms? Also demnach auch Flüssigkeiten auf gar keinen Fall, Mois. Die Wahl der richtigen Produkte ist natürlich, wie du eigentlich schon raushörst, das A und O. Aber einmal richtig aufgebaut, übernimmt Amazon so gut wie alles für dich und du kannst hier im Prinzip ganz schnell mal sechsstellige Beträge einfahren. Werden wir natürlich aber auch noch genauer darauf eingehen, Freunde. So, drei habe ich noch, die vor allem für Anfänger durchaus interessant und lukrativ sind, die ich selber ja ab und zu mal gemacht habe und damit kann man schnell mal ein vernünftiges Stabkapital erwirtschaften. Aber das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf, Freunde. Kommen wir zum Punkt Freelancing. Wer sich fragt, was ist das? Freelancing beschreibt im Prinzip einfach gesagt eine Dienstleistung im Internet. Jemand will ein Logo für seinen YouTube-Kanal? Du baust ihm das. Jemand benötigt einen Ghostwriter für irgendwelche Texte? Du bist sein Mann. Oder halt Frau. Oder die... Oder divers. Du hast Ahnung von Videos schneiden oder Thumbnails erstellen? Biete deine Dienste im Internet an. Es gibt im Prinzip für alles einen Abnehmer und alles, was sowieso im digitalen Spektrum abläuft, glaub mir, dafür gibt es Abnehmer Probleme finden, Probleme lösen. Das ist im Prinzip so, ja, oberflächlich gesagt alles, worum es bei Online-Business geht. Finde ein Problem, was die Leute haben, biete eine Lösung. Punkt. Dafür gibt es natürlich sehr, sehr beliebte Plattformen, wo du deine Freelancing-Dienste anbieten kannst und natürlich sowas auch in Anspruch nehmen kannst. Also du selber kannst diese Dienste auch in Anspruch nehmen. Fiverr ist da so das Bekannteste und da findest du zu jedem Thema eigentlich alles. Nächste schöne Möglichkeit, Instagram. Ja, tatsächlich und nein. Du musst dafür kein beliebter oder riesengroßer Influencer sein. Also Zehntausende Follower auf Insta nicht notwendig. Wenn du einer bist, ist auch geil, weil dann kannst du natürlich über Produktplatzierung etc. auch noch massig Geld verdienen. Aber wir werden in Zukunft über was anderes sprechen. Freunde, nennen es mal die etwas assige Methode, die aber durchaus sehr, sehr lukrativ sein kann. Hat übrigens wieder etwas mit dem Bereich Freelancing zu tun, Freunde. Da, wo wir aber darüber sprechen werden, dafür wirst du keinerlei Fähigkeiten benötigen. Für jeden machbar. Ob du 16 bist, ob du 55 bist, ob du fett bist, dünn bist, aber dazu kommen wir bald, Freunde. Und das Letzte, das absolut ich mach mal eben so nebenbei eBay Kleinanzeigen. Da gibt es so einige Methoden, die euch, ja, ich würde sagen, die werden euch überraschen, wie man da wirklich gutes Geld verdient und sich ein profitables, ja, komm, wir wollen es nicht übertreiben, aber wir nennen es mal ein Starter-Business aufbauen kannst. Aber auch dazu kommen wir bald in den kommenden Videos. Freunde, ich hoffe, ihr merkt, wie groß und vielschichtig dieses Thema Geld verdienen im Internet ist oder sein kann. Das war natürlich jetzt noch lange nicht alles. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir gar nicht anschneiden können, weil das Video sonst vier Stunden lang wird. Also einiges hier bietet unfassbare Möglichkeiten und das Geisteskranke an der Sache. Hier dreht sich alles um Skalierung. Es ist unendlich ausbaubar. Alles, was ich euch jetzt genannt habe, kann man natürlich als Hauptbusiness machen, den Fokus auf eine von den speziellen oder spezifischen Sachen legen. Das Schöne an der Sache ist und das nenne ich dann gerne die Königsdisziplin, das alles kann man miteinander verknüpfen und sich somit eben diese riesige gigantische Marketingkrake erschaffen. Krakenkörper, wo du nach und nach dann immer weiter unzählige Tentakelarme rauswachsen lassen kannst. Die Grenzen im Internet, die sind für uns heutzutage so gut wie einfach nicht mehr vorhanden. Du kannst dir hier aus Lust und Laune im Monat ein Fuffi mitnehmen, so Taschengeld-Basis. Du kannst dir hier ein Business aufbauen und bei 3000 Euro im Monat sagen, ja, finde ich ganz nice, dabei bleibt es jetzt, darauf konzentriere ich mich und bin ich zufrieden mit. Du kannst aber auch natürlich alle Geschütze auffahren und realistisch Millionenumsätze einfahren. Realität, Freunde. Das hier ist eine neue Welt. Und tatsächlich, so neu ist sie gar nicht. Sowas passiert schon seit Jahren. Nur die meisten haben das irgendwie nicht auf dem Schirm. Und wenn man es auf dem Schirm hat, dann meist durch relativ skurrile Gestalten, die nicht unbedingt vertrauenserweckend sind. Porsche Panamera! Die in, sagen wir mal, 70% der Fälle aber auch kein durchaus großes Interesse daran haben, euch wirklich etwas Gutes zu tun, weil am Ende gewinnt der Online-Marketer. Das ist irgendwo auch schon einer der drei goldenen Regeln. Am Ende gewinnt der, der Online-Marketing betreibt. Und wir gehen diesen Weg natürlich gerne zusammen, Freunde. Auch als ein Zeichen gegen diese Menschen, die dich in diesen Werbungen angrinsen und sagen, dass sie dich schnell reich machen, wenn du für 240 Euro ihr 1 zu 1 Coaching kaufst. Niemand kommt und schenkt dir irgendwas. Niemand wird für dich arbeiten. Der Einzige, der am Ende kommt und wirklich Geld verdient, ist der Online-Marketer selbst. 1 zu 1 Coachings? Nein, das funktioniert nicht. Bitte haltet euch fern von so etwas. Hier funktioniert auch nichts einfach mal eben so. Hier muss man sich genauso und wahrscheinlich noch mehr als sonst den Arsch aufreißen, damit man irgendwie vorankommt und einen Fuß in dieses Business reinbekommt. Das ist nicht einfach, ey Jonas, das ist ja ein Panamera-GTS. Ja, ich habe einfach das 24-Stunden-Dingsbums angewendet. Nein, nein, einfach nein. Man wird scheitern, weil man es muss. Es ist im Prinzip sogar wichtig zu scheitern, denn wir benötigen im Online-Business eine Art Lernkurve oder nicht eine Art, wir nennen es wie es ist, man braucht hier scheitern und hinfallen und aufstehen und hinfallen, direkt fressen und weitermachen, einfach um aus Fehlern zu lernen. Man braucht diese Lernkurve und jeder, der von irgendeiner Ecke kommt und dir sagt, dass er nie gescheitert ist und einfach mal eben so hier sein Online-Business auf fünfstellig, sechsstellig skatteliert hat, Bullshit. Jungs, Mädels, ich freue mich auf die nächste Zeit, damit wir das alles hier schön auf dem YouTube-Kanal kostenlos mit euch zusammen machen, diesen Weg gehen, einmal ganze Reihe A bis Z Online-Business durchgehen und lasst ein Abo für den Kanal da, wenn ihr neu da seid und gebt dem Algo natürlich eine ordentliche gewaschene Ohrfeige, damit er uns hier nicht im Weg steht, damit das Wachstum auf jeden Fall beginnen kann, indem ihr kommentiert und Daumen hoch und so bla bla gebettel, gebettel, bitte lasst ein Abo da, wisst ihr ja, kennt ihr alles schon. Morgen geht es wie gewohnt auf dem Krypto-Gang-Kanal weiter mit Krypto-Gang-Content-Shit und dementsprechend würde ich sagen, Freunde, die Reise geht los, auf Krypto-Gang geht die Reise weiter, aber hier geht die Reise jetzt frisch los. Ich würde sagen, die Sache ist wie ein Spiegel, man sieht sich, ich bin raus, reingauen.